So, ich müsste jetzt wieder da sein. Hoffe ich zumindest mal. Hm, ja, nee. Fast, äh... Na? FTL Faster Than Light. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. So, müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Ich hoffe, man sieht was. La, 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 ähm, 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 ich lade nochmal neu hier. Ja, natürlich, es geht doch nicht ohne FTL bei uns. So, ich mach mir jetzt grad nochmal, schenke mir nochmal ein bisschen Tee ein. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange streamen und ich wollte eigentlich nur Bioshock auf den richtigen Stand bringen. Und dann war es das eigentlich schon, ne? Oh je. Na gut, Tony. Dann haben wir viel Spaß mit Naruto spielen. Und wir werden viel Spaß mit FTL spielen spielen. So, was wollen wir denn spielen? Ihr habt jetzt wieder die Qual der Wahl. Ja, je, Mini. Ja, 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 ja. Ich... Oh, verflucht. Ich hab mein altes Save-Game gar nicht mehr. Hm, shitte und so. Mist. Ich hab jetzt auch keinen Bock nachzugucken, ob ich das irgendwo noch finde. Naja. Ich spiel jetzt einfach mal so. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Wir haben jetzt sowieso nur das eine Schiff. Wir können so gut wie nix machen, da ist das langweilig. Na gut. Dann nehmen wir mal den Adam. Oder, ne, du heißt ja nicht mal Ada. Oder... Wie soll ich dich nennen eigentlich? Ähm... Ach komm, ich bleib jetzt mal bei Ada. Sonst dauert das zu lange. So, die Xie will bestimmt auch wieder mit dabei. So. Huh. Man darf sich sogar die Haarfarbe aussuchen. Das ist ja mal toll. Nöhm... 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 So, wer möchte noch... Ich hab noch einen Platz zu vergeben. Und ihr dürft doch schon mal einen Namen fürs Schiff aussuchen. So. Möchte noch jemand? Es ist wieder immer blöd wegen dem ollen Dreck... Über den... Äh... Dem Leck hier. Ja, weil ich... Ich würde nicht... Ich würde den Kisu nicht unbedingt reinnehmen wollen, wenn er jetzt nicht, ähm... Ja, da ist. So, wen nehmen wir denn dann? Hm. Andererseits... Weiß nicht. Na ja, komm. Drauf geschießen auf die Nostalgie. Ich bin ja nicht böse oder so, aber... Na ja, komm. Wen nehmen wir denn? Dann nehme ich mich noch. So. Irgendwie wird's schon werden. So, wir brauchen noch einen Namen. Für das olle Schiff. Wie nennen wir sie denn? Nennen wir sie einfach auch Happy Halloween. So. Ende im Gelände. So, denn. Auf... Ich glaube, ich bin erstmal auf einfach. Ich glaube, auf normal, ähm... Gehen wir hier jetzt mit... Schuhen und Strümpfen unter. Jetzt ist es zu spät. So, wen haben wir denn hier? Das ist Waffen. Oh, die sind ja schon... Ich darf die Waffen machen, das ist aber lieb. Der Arna darf fliegen. Okay. Boah. Wisst ihr, wie lang das her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe? Das war beim letzten Stream und so. Nur, ähm... Zur Info. So. Wie ging das hier jetzt nochmal? Da oben kommen wir nur auf... Oh je, Mini. Da oben kommen wir gar nicht hin. Ah, und die hier unten können wir jetzt auch schon... Ach, das fängt ja toll an. Okay, Leute. Schilde hoch. Und haut sie weg. So, da können wir eigentlich direkt auf Autofeuer gehen. Ja, du bist Pilot. So. Juhu. Wir haben sie gerade noch so fertig gekriegt. Dann als nächstes auf die Schilde, bitte. Komm, 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 du scheiß Laser. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal, dass wir die Waffensysteme jetzt wieder runterkriegen. Was wollen wir denn? Die kriegen... Zehn Scrap. Nee, ich brauche am Anfang... Ist nicht so ein schlechtes Angebot, aber ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr Scrap kriegen. So. Na, ein bisschen mehr. Gut. Damit kann man leben. Was haben wir denn eigentlich? 20 und 30. Also ich möchte zuerst mal... ...den hier. Ähm, ja. Ah, okay. Wir müssen dann nochmal weiter upgraden. Kriegen wir aber hin. Oh ne, nicht das. Nein, nicht das. Nicht das. Oh, scheiße. Komm, komm, komm. Mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Mach'n platt, mach'n platt, mach'n platt. So, du, ähm, nach da. Okay, jetzt müssen wir uns hier irgendwas überlegen. Das wird lustig. So, ein bisschen Scrap haben wir, aber... Oh yeah, super und so. Ähm, Ixi, ich brauch' mal ein bisschen Hilfe hier drinnen gerade. So. Okay, ähm, wir springen jetzt erstmal. Ich hab' keinen Bock auf den anderen Käse hier noch. Ähm. Ja, komm, wir gucken mal, was da ist. Hab' ich mich jetzt einfach mal entschlossen. Wir brauchen noch Zeugs. Äh. Intruders on board, das auch noch. Okay, ähm. Okay, das muss jetzt irgendwie so gehen. Ada, du bleibst jetzt mal da vorne. Wir gucken mal zu, dass wir... Oh Gott, die haben ja tolle Waffen. Ich hab' gerade so ein bisschen keine Lust mehr. So, ähm... Ixi, du musst jetzt erstmal hier wieder herinnen. Oh, shit, shit, shit. What? So schnell wollen die jetzt hier schon aufgeben? 8, 2, 13. Hm. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Außerdem will ich lieber ein bisschen Sprit haben. Oh, verdammter Mist. Die macht... So, dann müssen wir die doch jetzt erstmal totkriegen. So. Kommt her, meine Freunde. Ähm, du nach da. Und ich auch nach da. Okay, den kriegt man jetzt tot, hoffe ich mal. So, sehr gut. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir unser Schiff irgendwie wieder, ähm... In Ordnung kriegen. Sauerstoff ist noch okay. Ada, ähm... Ich brauch mal da hinten noch ein klein wenig Hilfe. So. Ei, 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 ei. Jetzt hat er gar nichts mehr gemacht. T's? Ähm... Ich würd' eher mal sagen, wir machen erstmal das hier wieder sauber sonst, äh... Und du bleibst mal noch da hinten. Oh, gut. So. Heiliger. Das war jetzt aber echt ne knappe Kiste hier. So. Und hier brauchen wir noch einen extra. Ich mach mal wieder nach da. Ixi kann mal wieder nach da. Ich mach die noch. Da noch. Wobei... Ich glaub, es wär vielleicht sinnvoller, wenn wir, ähm... Die Ixi an die Schilde schicken. Boah. Wir haben auch lange nicht mehr gespielt, so nebenher. Die Chat-Piloten, die Chat-Teilnehmer? Hä? Ada, ich glaube, ähm... Ich zieh dich hier gleich ab, wenn du so weitermachst. Hei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei. So. Dann... Gehen wir mal einen weiter. Scanners show intelligent lifeforms. Ja, komm, wir gehen mal gucken. Wir versuchen mal mit ihnen zu reden. Wir sind ja lieb und so. Okay, wir machen, dass wir wegkommen. Tja. Gibt auch die Möglichkeit, dass man da noch was machen kann. Ach so, ja, da ist was dran. Wer im Chat schreit, der kommt in die Crew. Pilot, ähm, hab ich nicht gesagt. Ähm. So, das brauchen wir auf jeden Fall mal noch dringend, ja. So, und dann müssen wir nachher gucken, dass wir Land gewinnen. Ja, populated sector merchant seems to be mass broadcasting risk to aid him. Ja, komm, dem helfen wir mal an. My usual carrier stays late. Okay, gut. Gut, wir sollen ein paar Drohnen-Teile verticken. Das kriegt man hin. Fünf Stück. Jo, passt schon. Können wir eh nichts mit anfangen. So, jetzt machen wir mal hier über den großen Sprung, dass wir noch zu dem Quest-Beacon da kommen. Ein Pirat. Ja, der hat auch diese tollen Waffen da nochmal. Das könnte lustig werden. Den holen wir uns. Gammt. Hat auch nicht mal einen Transporter. Das könnte ulkig werden. So. Auf die Waffen. Fertig. Los. So, wer ist erster? Wer ist erster? Wer ist erster? Der ist erster. Ach, das waren diese Waffen, die die Crew da blockieren. Das war das kranke Zeug. Don't want to... Ja, die wollen abhauen. Nein, ich will... Ähm... Dings. Antrieb. So. Dann holen wir uns mal den hier als nächstes. Komm schon, du Misting. Mach schneller. Mach schneller. Laden, laden, laden. Komm. Yep. Jau. Das hat sich doch gelohnt. Okay. Und wir kriegen nochmal was. Ach, das ist ja schön. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hinten... Uh, das wird knapper Geschichte, wird das? Aber da kriegt man hin. So. Wie bitte? Nix gibt's. Die holen wir uns. Ja, und mit den Waffen hat der eh nix zu lachen. So. Okay, Ada, jetzt fliegt uns da auch brav wieder raus, sonst gibt's sauret. Okay, Waffensysteme sind runter. Da kriegt man wahrscheinlich einen Sklaven von denen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Hey. Jawoll. Den möchte ich haben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und... So. Einer von denen hier. Jetzt haben wir nämlich auch endlich mal jemanden, der da hinten... Zum einen der Feuerwehr spielen kann und zum anderen der, ähm... unseren Antrieb bedienen kann. Na, das ist ja herrlich, ist das? Wir sollten vielleicht mal... hier noch einen kaufen. Und da investieren wir mal noch rein. Ups, wollte ich doch gar nicht. Dann springen wir jetzt als nächstes nach da. Und dann gucken wir mal. Ähm, ja, wir gucken uns das Asteroidenfeld mal an. Hey. Ach, das hat sich ja gelohnt. Oh, das wird sauknapp, Leute. Aber ich tue es einfach. Das wird richtig sauknapp. Wisst ihr das? Okay. Ja, wir verkaufen die. Oh, shit. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein dickes Problem. So. Auf, lad schneller, du Scheißding. So. Wird doch langsam, wird doch langsam. Wir müssen nur seine Waffen so weit unten halten. Mist. Schießen will gelernt sein, Mann. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Feuerwehr. Wieso haben die so scheiß Brandbomben da? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Danke. So. Komm, mach... Mach schneller, du Scheißding. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Nächster Sektor. Yay. Rock Controlled, Rebel Controlled. Ich glaube, die Rocks sind mir da lieber. Aber... Ja. Der Endboss wird ziemlich schwierig, aber ich hoffe mal, dass wir noch ein bisschen Kohle kriegen für ein paar gescheite Waffen. Weil das, was wir im Moment haben, wird nicht viel helfen. Ähm... Ada, kannst du mal ein bisschen mithelfen? Und die Xie vielleicht auch noch? So. Alles wieder zurück. Ähm... So. X-Rack wieder an die Schilder. Ada wieder dahin. Und... Der Raffen. Raffen. Ah, das ist cool. Stimmt, das war ja das hier. Station Saved. Das ist cool. So. Ähm... Was fliegt man zuerst dann? Ich würde sagen, wir machen hier so die Runde. Das sieht gut aus. Das machen wir mal so. So. So, was wollen sie denn? Small Space Station Orbiting and Unhebilled Satellite Defense System. Ja, komm, wir probieren mal, ob wir das hinkriegen. Oh, das war nicht gut. Ähm... Na, das wird ja immer besser hier. Xie, kannst du das vielleicht... Na, das war ja mal herrlich, war das. So. Ich gehe mal nochmal hier runter. Du kommst mal wieder nach da. So. Du, auch nochmal da rein? Ähm... Dies sollte man vielleicht auch... So. Dann sind wir wieder so weit, dass wir weitermachen könnten. Ach je. So. Da oben ist ein Store. Da will ich jetzt aber noch gar nicht hin. Ich will das erstmal jetzt hier irgendwie... Ah, ich nehm... Und daraus kommen wir hier wieder runter. Okay. Dann fliegt man so rum. Mhm. Ich weiß zwar nicht, was wir 66 kriegen sollen, aber... Wir probieren es einfach mal, oder... Wir fliegen erst da oben hin. Das könnte klappen. So, mein Freund. Du kriegst es erstmal ordentlich ein. Auf die 12 kriegst du jetzt. So. Das war mal der erste. Und so langsam wird der auch mit dem Waffensystem entfit. Das ist ja herrlich, ist das. Das. So. Dann bleibt mal hier mal dran. Hm. Nehmt den hier, nehmt mal lieber. So. Und noch einmal hier drauf. Und dann sollte es das gewesen sein. Ja. Nicht viel, aber immerhin. Gut. Zum Store kommen wir noch irgendwie. Dann gucken wir mal, ob wir da noch was Schönes kaufen können für unsere 94 Scrap. Ach je. Jetzt muss ich mal gucken, wenn wir hier jetzt... Ähm... Ah, wir kriegen noch eine zweite Seite. Drohnen. Drohnenkontrolle. Könnten wir uns auch kaufen. Ist auch nicht so verkehrt eigentlich. Hull Repair. Steven Eggman. Ja. Das war auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir da noch irgendwas bräuchten, unter Umständen. Square Advanced, ähm... Ne. Weglaufen will ich eigentlich auch nicht, aber das hier machen wir noch. Und damit ist unser Geld ohnehin erschöpft, so ziemlich. So. Dann springen wir weiter. Würde ich sagen. Und gucken, dass wir hier... Oh je. Oh, ach, das wird Knappikowski. Ich mach hier knappe Sachen, merk ich gerade. Oh, schon wieder Eindringlinge. Okay, mein Freund. Du kriegst jetzt erstmal ordentlich einen auf die Mütze. Und du willst hier einbrechen? Na, warte. Der glaubt im Ernst, der könnte jetzt... Der glaubt im Ernst, der könnte uns jetzt hier großartig anstinken. So. Alle wieder auf Position. Und dann macht sie platt. Zielen will gelernt sein und so. Oh, Leute. Na, dann schießen wir halt mal mit dem Ding hier hinterher. Abhauen werde ich nicht. Na, endlich. So habe ich das doch gerne. So. So muss das doch sein. Komm, macht sie platt. Ja, das wird verdammt knifflig. So. Jetzt gehen wir hier erstmal nochmal kurz... So, wenn wir nochmal hier. Die Xie ist schon fertig. Ich bin auch fertig. Und der Raffen ist auch fertig. So. Okay. Okay. Oh, nee. Nicht sowas. Ach. Ach, wie ich das so liebe. Aber am coolsten ist immer noch, wenn man bei denen die Sachen kaputt macht. Die Schilde. Die Schilde. So. Dann müssen wir hier oben lang. Und... Mein Monitor will gerade wieder selbst sich ausmachen. Oh, Energy geht. Dann, ähm, schönen Abend wünsche ich dir noch. Und dann schauen wir mal, ob wir das Spiel hier jetzt noch fertig kriegen irgendwie. Sehr hübsch. Das hat ja auch geklappt. So, und von hier aus kommen wir auf jeden Fall weiter. Das ist gut. Gucken wir mal, was noch so kommt. Ähm. Ich will eigentlich keine Misser als verkaufen. Hm. Nee, ich verkaufe auch keine. So. Uh, das wird knapp. Einer. Es dürfte diesmal gerade so reichen, wenn wir Glück haben. Ja, es ist halt was Besonderes. Das sag ich jetzt einfach mal. Ähm. Komm, die holen wir uns. Die kriegen wir locker und leicht fertig. Die haben nicht viel. So. So. Burst Laser auf. Den hier erstmal. Und dann machen wir sie platt. Machen wir sie heute. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Oh, mein Tee ist fast aus. Das ist ja so herrlich. So. Dann mal noch nach hier. Multitasking und so. Das klingt doch nach einem sinnvollen Angebot, finde ich. so. 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 Ja. Gerade noch rechtzeitig zum Exit. So gehört sich das. Ja. Was haben wir denn da, Hübschit? Nee. Nee. Brauchen wir nicht. So. Nächster Sektor. Ein Ziviler, ein Enki-Kontrollierter oder ein Zoltan-Homeworlds. Zoltan ist gut. Boah. Nee. Da unten sollte man... In das Loch sollte man nicht rein. Aber wir könnten hier rumfliegen. Ähm. Wir können den Zoltan-Cruiser kriegen. Den holen wir uns doch mal. Okay. Den holen wir uns doch direkt. Oh, der ist schon da oben? Das ist aber toll. Da wäre ich jetzt eher das nächste hin geflogen. Dann kriegt man schon direkt das nächste Schiff. Ist doch toll. So. Dann wollen wir uns die mal holen. So. Ich kann nicht vorstellen, dass es nichts, was du nicht sagen könntest. Es ist sicher, dass du die Rebellion musst. Die Rebellion musst. Die Rebellion musst. Die Rebellion musst. Ja. Schön diplomatisch bleiben. Ich muss nur gucken, dass ich auch das Richtige nehme. Dann nehmen wir mal das hier. Das hört sich auch gut an. Oh, wir haben das Zoltan-Shield bekommen. Und Achievement Unlocked. Zoltan-Cruiser-Quest. Juhu. Und nochmal ein bisschen Scrap. Ha. Das ist cool. Das gefällt mir. Hat sich richtig gelohnt. Hat es sich ja. Kommen wir von hier aus? Da kommen wir runter in den Nebel. Okay. Ja. Ich versuche jetzt gerade nach dem Weg, den wir haben. Den wir nehmen können. From appearance of his room. In hopes of finding some help for him. Ja. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Wenn wir jetzt natürlich eine bessere Medbay hätten, könnte das was machen. Oh, yay. So, wir haben den Charlie bekommen. Charlie ist gut. So, was können wir noch bemannen? Können wir Türen bemannen? Tatsächlich, wir können die Türen bemannen. Aber ich möchte lieber den hier drin haben. Da hat der Hammer, glaube ich, mehr von. Natürlich, ich habe immer ein Herz für Aussätzige. So, dann nehmen wir mal die nächsten Distress. Ah, da-da-da-da-da-dip. Ship drafting space. Looks like was. Na, klasse. Jetzt müssen wir uns mit den Zolltern hier noch rumschlagen. Okay. Burst Laser auf die Waffen. Haut sie weg. Okay. Na, das war ja die Geschichte hier. Nee, nicht gut. Wir haben nur noch zwei übrig. Das ist gar nicht gut. So. Jau. Waffensysteme down. Äh, das ist nicht gut. Äh, nee, du bitte da rein. So, ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Wunderbärchen ist das doch. So. Okay. Ähm, ja. Sehr schön. Oh, mir haben wir so viel Zeug. Das wäre mal ein Shop nicht verkehrt. Ach, wenn man vom Teufel spricht und so. Das ist ja herrlich. Das ist ja richtig herrlich. Oh, Mann. Ja. Was haben sie denn da? Was ist denn das für ein komisches Ding? Ah, das ist, glaube ich, so ein Hacking-Device. Oh, was haben die denn für komische Waffen da? Ich habe gerade ein bisschen Angst, Leute. Mach schneller. Laden. 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 Ah, nee, das ist ein Mind-Control-Ding. Ich muss hier irgendwas tun, aber was? Ich muss hier irgendwas tun, aber ich muss hier irgendwas tun, aber ich muss hier irgendwas tun. So. Bleib du mal bitte hier. So, das war's. Heiliger Bim Bam. Das war jetzt böse. So, wir springen noch zu dem und dann gehen wir in den Store. Puh. Okay, dann mal auf in den Laden und hoffen wir mal, dass die was Gescheites haben. Ich brauche mal noch ein paar gescheite Knarren und so. Was gibt es hier denn alles? Flag 2. Das Ding gefällt mir irgendwie. Oh, so viel tolles Zeug hier. Da weiß man ja gar nicht, was man als erstes kaufen soll. Ich glaube, ähm, wir kaufen noch den hier. Ja. Ja, 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 ja. So was in der Richtung. Oder nehmen wir den. Feuer ist schön, weil, ja, das machen wir so. Close. So, und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Schöpfwaffensysteme ein bisschen aufpowern. So, ähm, das brauchen wir noch. Hi, 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 hi. Einen mehr bräuchte man noch. Na, könnte man zumindest mal zwei Systeme fahren. Na, vielleicht beim nächsten Mal. So, aber jetzt will ich erst mal meine Leute hier wieder fit kriegen. So. Ähm, ja. Und dann fliegen wir mal weiter. Ach, da ist direkt der nächste Store. Von dem aus kommen wir aber nur hinter. Ja, gut. Fliegen wir so rum. You tap into the frequency and hear that rebel captain yelling we are liberating this plan from the name of... Ja, lalalala. Ja, lalalala. Ja, lalalala. Ja, lalalala. Ich möchte gucken, ob wir vielleicht was mit den Aliens machen können. So, so, so. Ähm... So, irgendwie. Hoffen wir mal, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Könnte ulkig werden. Okay, das kann ich auch, Freunde. Das kann ich auch. Okay. Ach, du heiler, deine Sterne. Die kloppen uns hier aber ganz schön, ähm... Schneller! Mach hinne, Leute! Mach hinne! Sehr gut. Das Ding gefällt mir irgendwie. Komm! Wumm! Und weg! Ähm, ja. Okay, wir sollten... Äh... Ja, wir sollten jetzt zum Exit. Blöd gelaufen! Pegasus-Missile. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Äh... 20 Sekunden. Ja, ist nicht verkehrt, aber ich weiß nicht. Nee, ich bleib mal bei der Artemis vorerst noch. Und bei der Flak 2. Die ist cool! Die ist so cool! Ah, Moment, aber vielleicht können wir... Ja, wir können das hier machen. Wenn wir jetzt nochmal... 23 kriegen, können wir uns... Enki Homeworld. Klingt auch gut. So, dann... Dann, 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 dann... Ja. Nehmen wir mal den Weg hier hinten rum. Ach, jen. Piraten. Piraten. Auch und mit der Kombo wollen die uns was tun. Darf ich mal lachen? Darf ich mal lachen? So, du nach da. Den ist ja Sauerstoff total wurscht, merke ich gerade. Das ist ein... Gutes Angebot. Okay. Glück gehabt, Leute. Dafür, dass ihr Piraten seid. Na gut, probieren wir es mal. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hey, cool. Ich habe so ein komisches Gefühl. So, okay. Nächster Sprung. Nehmen wir den hier oben. Laser Charger. So, jetzt haben wir dafür aber endlich die Kohle. Und ich muss mal in mein Equipment gucken. Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, den lassen wir erstmal noch. Und springen jetzt lieber, lieber, lieber da oben hin. Gucken wir mal zu, dass wir hier so ein bisschen... Ähm, ja. Dass wir jetzt ein bisschen noch was zusammenkriegen. Gut. Ne, ich möchte lieber... ...diese Richtung irgendwie... ...m... So, was in der Kante ist. Das kommt doch ganz gut. You must destroy your ship to prevent the virus from escaping. Nein. The antigen cord shields uses eventually do trap the virus in the... Na, klasse. Na gut, Leute. Dann müssen wir halt so was hier machen. Es tut mir leid. Wenn ihr unbedingt... Äh, shit. Die haben uns ja unsere Waffen runtergebastelt. Das ist ja aber uncool, ist das. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Äh, komm, die kriegen wir tot. Die kriegen wir tot. Komm, 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 komm. Jetzt. So, einmal hier bitte. Und du noch mal nach da. Ich probiere mich jetzt einfach noch mal so. Wenn wir mal Glück haben, reicht der ja. Ja, der hat gereicht. Sehr schön. So, ja, ich glaube, das feindliche Hauptschiff, das wird noch ein bisschen knapp werden. So, wollen wir jetzt erstmal... Nein, den Store hier oben nehmen wir nicht. Wir nehmen zuerst den hier unten und dann hier den Store. Das ist ein Plan. Gut. Ich wollte eigentlich den anderen haben. Aber egal. Nur Engis. Evasion plus sieben wenn Piloting. Das finde ich ist auch cool, dass die auch Fähigkeiten haben, wenn man die kauft. Clone Bay. Hacking-Device. Hacking-Device klingt gut. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir dafür verkaufen. Ich glaube, den verkloppen wir dafür. Ja, ich glaube, den verkloppen wir dafür. Maximumschutz. Ja. Du bist mein. Dann holen wir mal... Gehen wir ein bisschen hacken. So. Können wir vielleicht noch... Ja. Das auch noch kaufen. So. Ja, die haben eine ganze Menge gemacht. Aber ich habe, glaube ich, schon mal einen Stream gemacht, wo ich das neue Design da gemacht hatte. Dann sind sie beim nächsten dann hier. Dann hier. Dann hier. Ich fliege lieber hier rum. Da haben wir mehr von. Dann... So, was haben wir denn hier? Engi-Ship. Assistance requested. Danger present. Immediate destruction. Oh. Mantis. Was sind das denn für komische Weiße? Na schön, Leute. Ihr wollt einen auf die Nuss? Das könnt ihr haben. So. Und damit wir hier noch ein bisschen Spaß dabei haben, holen wir uns das noch gleich mit. Und wechseln dann auf den Feuerstrahl. Auf den habe ich nämlich so richtig Bock heute. So, und was benutzen wir jetzt hier? Das ist doch eine Idee. So. Und... Hacken. Das hat sich doch fast gelohnt. Okay. So. Ist es irgendeiner von A nach B geflogen oder sowas? Ach, da unten ist der Mantis. Den hole ich mir jetzt erst mal. Und jetzt holen wir uns gleich den Rest hier. Moment, ich warte noch auf den Feuerstrahl. So. Einmal Hack, bitte. Oh. Den haben wir gar nicht mehr gebraucht. Ja, ich hatte gestreamt. Ja, ich hatte gestreamt damals als, ähm... Ich hatte damals, glaube ich, gestreamt, gerade als es ganz frisch rausgekommen ist. Mal gucken, was die für eine Waffe haben. Mal gucken, was die für eine Waffe haben. Halbert Beam. Oh, ja. Oh, ja. Der ist ja fast noch besser als der Feuerbeam. Oh, der braucht drei Power. Na, dann müssen wir hier noch ein bisschen, äh... Müssen wir hier noch ein bisschen aufpowern, aber... Machen wir dann das nächste Mal. So, aber wir holen uns jetzt mal die Drecksäcke hier. Außen, was ist das hier für eine komische Musik? Das fühlt sich jetzt irgendwie total komisch an. Ist eigentlich sonst noch jemand da? Der Ada ist im Moment der Einzige, der schreibt. Klick, klick, klick. Das wird, das wird, da ist wird gut. Alleinunterhalter. Ich sehe auch gerade nicht mehr, wie viele Leute noch im Stream drin sind. Leider, leider. Ansonsten müssten wir mal gucken. So, jetzt habe ich wahrscheinlich einen Sprung verschenkt. Äh, da, 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 da. Ja, das denke ich manchmal auch. Wobei, beim LP redet man ja fast nur mit sich selbst. Ähm. Ja, wir probieren es mal mit 5. Ja, wir probieren es mal mit dem Slug. Sehr schön. Und jetzt müsste das doch klappen. Ja, das sieht gut aus. So, dann können wir zumindest mal Waffen benutzen. So, auf in den nächsten Sektor. Slug Home Nebula, Mantis Controlled. Wir probieren es mal mit dem Slug. Ja, wir probieren es mal mit dem Slug. Just getting started. Und ein Engi-Cruiser haben wir gekriegt. Ah, das ist ja schön. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben so tolle Waffen hier. Das Schöne an den, ähm, an den Nebeln ist ja, da kommen auch die Rebellen nicht so schnell drin vorwärts. Das heißt, wir können hier auch sehr viel mehr machen. Could easily patch some... Just kill the crew and we can strip. Looks like we're not getting out of here without a fight. Yep. Aber wenn wir schon hier sind, sollten wir den vielleicht nach da oben packen. So, jetzt macht mal hin, Leute. Macht mal hin. Hm. Kommt schon. So, ich krall mir hier jetzt erstmal wieder die Schilde. So. Okay, dann holen wir uns erstmal den Kamerad-Schnürschuh hier. Und einen Feuerstrahl. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So macht das doch Spaß. Kommt schon, mach schneller, schneller. So. Und die nächste Runde. So. Und. Ähm. Was auch immer die gerade geladen haben. Ich glaub, wir gehen's mal... Den Kram mal ein. Ja, bisschen Scrap. Bisschen hiervon, bisschen davon. Kann man mitleben. So. Tja. Irgendwie sieht das komisch aus. Aber egal. Was? Was prepared? Wont be as effective a hiding spot. Okay. Ich hab mal schon gedacht. Dann nehmen wir mal den hier oben. Im Store bringt man im Moment noch gar nichts. Fliegen wir mal hier unten lang. Oh, schon wieder Intruders. Counter the Remote Hacking. Das klingt gut. Da unten sind sie drin, ne? Na gut. Dann wollen wir es uns mal holen gehen. Ähm. Steine, Mann. Oh. Das ist nicht gut, XI. Das ist gar nicht gut. So. Jetzt kriegt ihr aber mal ordentlich einen auf den D. Jetzt kriegt der jetzt mal. So. So. Und der hier. So was hier. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Yay. Maschinen sind hinüber. Wir kriegen sie tot. Gut. So. Ihr nach da. Du nach da. Schaut gut für uns aus. So. Nochmal. Nochmal. Hat so viel Spaß gemacht. Das letzte Mal. So, meine Freunde. Das ist doch ein schönes. Das sieht doch richtig hübsch aus hier soweit. Gut. Und dann holen wir uns den ganzen Käse hier nochmal. Yay. Sauerstoffversorgung ist hinüber. Wir können sie es natürlich auch einfach ersticken lassen. Oh, das wäre zu langweilig. Sag ich doch. Wäre zu langweilig. Pua. Die waren aber reich. Ich glaube, ich wechsle mal die, den Burstlaser mit dem Halbertbeam aus. Dann kann ich mich hier nämlich entscheiden. Theoretisch, ob ich, ähm... Ja, ich kann ja... Nein, 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 nein. Da kommt die Energie raus. So. Du nach da. Und du wieder hier rein. Jetzt können wir nämlich den hier noch benutzen. Das ist okay. Das gefällt mir. So. Dann springen wir mal... Da lang. Irgendwie. Direct attacks are not preferred, man... Ne, da, 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 da. So, die wollen wieder was von uns. Na, dann sollen sie doch mal kommen. Äh, wir möchten gerne die Schilder anzapfen, wenn's geht. Yay, yay. Oh, wir sind gut. Komm schon, Schild runter. Danke. So. Ähm, einmal bitte auf die zwölf. Und hier noch mal... Nein, nicht ganz so, sondern... So, genau so. Schon wieder... Wir kaufen schon wieder die Katze im Sack hier. Weiß nicht. Jetzt hab ich sie grad so schön an Eiern. Na, egal. Ich kann einfach mal nicht so... Öh, öh, öh. Wat? Habt ihr das gesehen? Da denkt man an nix Böses und die machen uns hier noch platt. Das sind vielleicht Drecksäcke hier. So. Wir sollten aber mal die Schilder noch ein bisschen aufrüsten. Okay, dann springen wir, springen wir. Ja, nehmen wir den Weg hier oben rum. Ach komm. Wir holen sie uns. Das klingt nach einem guten Tausch, den wir auch brauchen können. Gefällt mir. So. Ähm. Ach Gott, guck mal, wie langsam die, ähm, Dingens hier vorankommen. Die Rebellen, da können wir ja richtig was tun. Oh, scheiße. Mhm. Okay, Leute, jetzt kriegt ihr aber ordentlich einen auf die Mütze. Na, komm, 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 komm. Fluck is ready. Gut, dann hol mal so uns. Ähm, das sind die Schilde. Dann nehmen wir den hier so. Die sind ja schon so gut wie fertig. Die sind ja schon so gut wie tot, sind sie. Fertig. Das haben sie jetzt nicht gedacht, dass wir hier so derbe denen eins auf die Mütze geben. So. Und ich kann, uh, ja, ich kann ja das hier noch. Oh, ne, 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 äh, du, so. Ne, den hier. So, okay, okay, okay. Scheint ja alles zu laufen hier. Sag mal, ein Dreierschild. Aber wir haben keinerlei Kohle mehr. Ich wollte sie eigentlich noch in den Store zum Einkaufen. Ne, je. So. Ja, du könntest dich ja auch mal wieder mal so melden, dass wir auch mal einen Plan, was ist das hier? Die Laserweapon. Ah, okay, cool. Der ist auch nicht verkehrt. Acht Sekunden Charge Time. Okay, Power 1. Weiß nicht. Weiß nicht. Wir haben sowieso nix, was mal... Ach, wir haben gar nix, was mal... Wir könnten noch was verkaufen. Ja. Den können sie behalten. Die Pegasus. Ich glaube, die werde ich hier nicht mehr benutzen. Komm. Drauf geschissen. Hm. Mind Control. Mind Control wäre cool. Hätte ich sehr gerne. Ähm. Wir springen jetzt einfach mal. Ach so. Du bist ein Dark Souls gerade. Schön, schön. Mal schauen, was der andere Shop hat. Hm. Öi. Counter Remote Hacking. So, so, so. Das wollen wir also mit uns machen. Na dann, meine Freunde. Wir machen euch jetzt einfach mal platt. Gucci, 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 Gucci. So. Halbert, komm. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Bis jetzt. So, wenn wir jetzt noch einmal das ganze Tier treffen. So, jetzt habt ihr verloren, meine Freunde. Wupp. Und weg. Und weg. Und weg. Naja. Ich weiß auch nicht. Also, Dark Souls ist irgendwie so... komisches Spiel für mich. Ach je, Mini. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Notes ich hier jetzt noch abgeflogen kriege. So, Clone Bay. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Teleporter ist... Sollen wir schon mal einen Teleporter kaufen? So, äh, für einen Endboss. Hm. Ich glaube... Das wäre eine Maßnahme. Ja. Teleporter brauchen wir auf jeden Fall dann. Puh. Langsam wird es eng hier im Schiff. So. Und von dem aus hier kommen wir dann da unten hin. Okay. Ja, FTL ist halt auch ein bisschen... Naja. Man muss es mögen. Sag ich jetzt einfach mal. Noch nie? Komm. So schwer ist der doch nicht. So. Was haben wir denn hier? Ein Pirat. Den holen wir uns. Ich habe gerade Bock auf den. Nein. So. Und... Wie machen wir das denn? So, irgendwie. Nein, das gefällt mir nicht. Bumm und weg. So hab ich das gern. Wir sollten vielleicht da mal noch rein investieren. So. Nächster Sprung nach da. So, Lehm. Multiple Ships running at maximum power nearby, but you can't... Ja, gucken mal nach, was da so ist. Puh, okay. Das könnte böse ausgehen. Na schön, dann probieren wir mal... Are refusing to pay for the work done. Ach Gott. Die wollen jetzt wirklich was von uns. Na schön. Dann sollen sie was von uns kriegen. Und zwar erstmal unsere Hackertrohne. So, und... Und los geht's. 21, 22. Das könnte... Oh, ja. So. Bei so vielen tollen Räumen. Tja, hohohohoho. Ach, ich hab'n Sauerstoff abgestaltet. Na toll. Ich hab'n Sauerstoff gehackt. Das ist ein Scheiß, ist das. Komm, mach schneller. Mach schneller. So. Und hopp. Das kommt davon, wenn man das Schiff so kompakt baut. Dann passiert sowas. Ja, man muss bei dem Endboss einfach immer nur die richtige Idee haben. Wie man den hinkriegt. Und momentan hab' ich jetzt noch so... Ich hab'n paar Ideen, was man mit dem machen könnte. Ja, ich glaub', ich pack' die alle noch. Oh, ein Mantis Cruiser. Na, dann hol'n wir uns den halt auch noch. So, und sobald wie du's dann soweit bist. So. Und... Du bist mein. Und jetzt... Jetzt, 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 ähm... Wie mach' ich denn das hier immer? So, irgendwie. So, sieht doch ganz gut aus. Das schaut doch ganz gut aus. So, wir hatten wieder was gekriegt. So. Fertig ist's. Ging doch ganz gut. So. Dann nehmen wir jetzt noch den hier drüben. Ähm. Die hol'n wir uns. Die hol'n wir uns. Supershields Prevent Hacking. Wieso tun sie das bei mir nicht? Wie funktioniert denn das hier am besten? Ich glaub', das war ne scheiß... Na, toll. Na, das hat ja super angefangen. Ähm, 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 ähm. Da kriegt man zwar nur drei, aber die sind gut. Komm' schon. Komm. So, schießen weg. Und nochmal die drei hier, bitte. Hm. Das Angebot gefällt mir. So. Gut. Dann auf zu dem hier. Und dann ab weiter. Okay. Dann geh du mal in die Koje. Ist auch schon spät genug. Wir gucken mal. Ich guck mal, wie weit das noch kommt. Ja. Ich seh' nicht mal, wieviel Leute das noch zugucken, leider. Wir hören dann voneinander. So. Und jetzt hol'n wir uns erstmal noch den Kamerad Schnürschuh hier, bitte. Hossa. Jawohl. Dumm-di-dom-di-dom-di-dom-di-dom-di-dom. So. Jetzt hier bitte in die Mitte. so und die vier systeme möchte ich gerne was die rebellen wollen nein kam 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 so mal schauen wer zuerst da ist und weg so okay also wir halten uns hier eigentlich ziemlich gut muss ich sagen ich bin gespannt ob das noch zum end boss packen wann ist eigentlich ich sie gegangen die habe ich jetzt gar nicht mehr ich muss mal gucken ist noch eben nein zuschauer liste genau ja wir sind tatsächlich die einzigen hier schade ich mache das jetzt noch fertig und dann ist gut für heute noch sind noch ein paar sektoren probieren wir mal den hier ach ja stimmt das war ja die musik schön dm 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 ionpuls kommt jetzt so du einmal bitte hier in die mitte und dich sch ja ne 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 nicht da sondern so was nö so captain seht ich weiß gar nicht mehr genau was das ist captain seht ihr sagt mir überhaupt gar nichts ich wusste dass jemand diese advanced edition gab so dann springen wir mal weiter ich kenne eigentlich nur das normale das habe ich ziemlich lange so rethink x2 okay Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller, schneller. So, und wupp. So, komm, 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 komm. So, komm, 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 mach schneller. Das müsste eigentlich klappen so, aber ist egal. Oh, Gott. Dann halt auf die schnelle Tour. Hm, da vorne ist ein Store. Den holen wir uns gleich. Hm. Ich brauche hier eigentlich gar keinen mehr. Ich nehme dich mal einfach mit und packe dich mal zu den Sensoren, weil wir dann sowieso noch jemanden brauchen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles bemannt, was zu bemannen ist. Und die Xie ist immer noch nicht fit bei den Schilden. Das ist ja der Hammer, ist das. Södli. Ah, ich wollte ja Mind-Control kaufen. Genau. Der letzte System-Slot. Ja, komm, die holen wir uns. Wollte ich schon immer mal haben. So. Äh, da, 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 da. Nein. Repairs your hull every time you collect scrap, but reduce... Weiß nicht. Nee, nicht so wirklich. Was ist denn das hier? Shots per Charge 5. Aber nur ein Schaden. Nee, da bin ich mit meinem Bisser. Da ist mir meiner lieber, aber ich brauche... Das auf jeden Fall mal noch. Nee, ich habe hier irgendwie nichts dabei, was mir gefällt. Full Arsenal. Schön. So, was brauchen wir denn jetzt noch? So, da müssen wir auf jeden Fall mal mindestens noch einen hoch. Dass wir die hier bestücken können. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich das Spiel gekauft, als die Captain's Edition schon da war. Keine Ahnung. Weil da war jetzt auch noch mal eine ganze Menge noch drin gewesen. Soll ich noch einen? Nee, ich kaufe erst mal... Nein. So. Wir springen jetzt einfach mal weiter. Ah, okay. Da können wir lang. Passt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir schnell genug da halt wieder sind. Schon wieder ein Store. Gucken wir mal, was die haben. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Chain Iron. Haben die noch irgendwas Schönes für uns? Nee, das ist alles... Nix Gescheites. Ach so, die muss man manuell drüber packen. Mhm. Nee, das kenne ich nicht. Das kenne ich dann überhaupt gar nicht. Fire... Ja, Rock-Crew-Member. FTL Recharge-Booster. Was ist das? Äh, braucht man eigentlich eher weniger. Na egal. So, und dann von hier aus da oben hin. Gott, mach mal so. Oh. Okay, dann wollen wir dich jetzt erstmal hier ein bisschen lahmlegen. Komm, 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 komm. Ich brauche ein bisschen Power. So. Das ist gut. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Komm schon, du. So. Nochmal Flack bitte nach da. Und der hier nochmal hinten da dran. Und Ende im Gelände. So habe ich mir das gedacht. So. Dann gucken wir mal das mal als nächstes dann irgendwie... ...hier rauskommen. Ja, schon wieder ein Mentes. Hol mal Nons. So. Okay. So. Dann. Sehr schön, sehr schön. Ähm. Ach, schade. Ich hätte fast ein Achievement gehabt. So, dann müssen wir jetzt hier hoch und dann müssen wir wahrscheinlich schon zum Ende. Mist. Mhm. So, dann. Oh, wir können zu dem hier noch. Gerade so. Cool. Die nehmen wir noch mit. Oh, nee. Warum habe ich die noch gesagt? Wir nehmen die noch mit. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße. Okay. Okay. So, power up! So, und jetzt holen wir uns dich hier. Cool, wir haben noch nicht mal... Das gefällt mir. Bevor überhaupt hier irgendwas passiert ist. Oh, und da haben wir wieder unsere Freunde. Ja, da werde ich demnächst mal noch ein bisschen umbauen. So, ähm... Die haben ja auch nicht so prickelnde Waffen. Aber gucken. So. So, wenn ich jetzt mit dem hier... So. Ja, aber wir weichen gut aus. Es klappt alles halbwegs. So, du noch mal, bitte. Und wenn wir jetzt hier den hier noch mal so machen, wie vorhin auch. Nein. Ja, komm. Von hier bitte einmal darüber. Es gefällt mir das Angebot. Habt ihr Glück gehabt, Leute? So, ein Enkel controlled. Und dann haben wir es ja fast. Ich will vor zwölf noch ins Bett. Irgendwie. Aber ich will natürlich auch, ähm... Mein ganzes Zeug soweit haben. Sehr schön. So. Ne, ich will schlafen. Klasse. Toll, das hat sich jetzt so richtig gelohnt. So. So, so, so. Die wollen hier abhauen. Komm, 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 komm. Mach schneller, mach schneller. So, und jetzt probieren wir das hier gerade noch einmal. Was? Oh, shit. Ähm... Wie machen wir das denn jetzt? Am cleversten. Du bitte nach da und du bitte nach da. Okay. So. Und jetzt, äh... Zack. Sterben wählt ja sowieso alle. So, du gehst jetzt erstmal hier hoch. Ixi kann schon mal reparieren gehen. Ich geh mal noch ein bisschen helfen. Wieso, was ist denn bei dir los? Dass du da so groß Halligalli hast. So, wie viel haben wir denn eigentlich noch? Okay. Was brauchen wir denn? Mind Control? Mind Control? Mind Control? Das ist, glaube ich, ganz cool. Die Mad Bay ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und das ist immer gut. So. Hm. Ja, und? Halloween heißt ja nicht, dass du, ähm... Dass bei dir da deshalb nichts geht, oder was? So. Soll ich noch irgendwas hochpowern? Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dich behalte ich mal noch als Reserve für den Fall der Fälle. Brauchen wir bestimmt nochmal irgendwann. So, und dann fliegen wir mal da unten den Store dann an. Die Leute unter dir machen die Großparty. Boah, gut. Ach so, ach so, ach so. Ich hab grad Bock, den mal zu holen. Ich bin jetzt mal selbstmatterisch veranlagt. Okidoki. Ein Mantis. So. Jawohl. Die holen wir uns jetzt hier erst mal. Hey, ich hab einen von der Crew getötet. So, und wo sind denn die Waffensysteme? Hm, was machen wir mit denen? Hm. So. Du könntest auch mal wieder was von dir hören lassen. Ich hab schon ewig nicht mehr gesehen. Mein Control ist ziemlich geil. So. Dann kümmern wir uns mal um den Kameraden hier. Und, ähm, so irgendwie. Fertig ist. So, leh. Na, mal schauen, was der Store noch so hat. Was wir vielleicht noch brauchen könnten. Wobei ich im Moment so das Gefühl hab... Ähm... Hm, das ist gut. Könnt man doch hier noch irgendjemanden brauchen? Weiß nicht. Ähm, aber die hier kaufen wir mal noch. Oh, oh, oh. Was ist denn hier passiert? Hoppala. Hoppala. So. Uh. Ja, wir müssten unbedingt mal wieder telefonieren. Wäre bestimmt nicht das verkehrteste. Hm. Ich mach davon hier so rum die Runde. So, Found My Functioning Man. Juhu. Funktioniert. Ach so, du bist nebenbei noch, ähm, COD spielen. Ei, 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 ei. So eine bist du. Wir haben gerade... Ich hab so viel Scheiß hier jetzt noch gesammelt. Ich muss mir nachher mal noch mein ganzes System mal noch aufbauen. So, ich glaub, Missiles werden wir so viel gar nicht mehr brauchen. So. Ähm. Hat der Supply Lines... Nein, wir holen uns die Rebellen. Ich bin jetzt hier... Ganz knallerhart bin ich jetzt hier. Ich bin jetzt hier. So. Komm, 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 komm. So. Schaut doch gut aus, soweit. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Endboss. Yippie-Ki-Ki-Yay. Bin mal gespannt, ob sie ihn auch nochmal neu gemacht haben. Au. Was macht der denn hier? Den hab ich ja gar nicht gesehen. So. Ähm. Ach, komm. Brauchen wir nicht. Wir sind eigentlich ganz fit soweit. So, den hier können wir jetzt nochmal heilen lassen. Und dann. So, safe. Und dann können wir loslegen. Nächster Sektor. Last Stand. Ich bin jetzt mal so richtig gespannt. Explain your mission. Explain the weakness. Und nochmal ein bisschen davon. Und los geht's. Da sind wir. Da ist ein Laden. Da ist das Schiff. Ja, wir müssen mal einfach mal wieder mal ein bisschen reden, glaube ich. Wir haben so lange nicht mal gesprochen. So, ähm. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, ähm. Die will ich auch auf jeden Fall. Und ich hätte eigentlich gerne hier noch was von. Ähm. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gekauft, was man kaufen kann. Na, mal schauen, ich habe ein ganz, 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 ganz mieses Gefühl bei der Aktion hier. Wir werden mal sehen, ob ich den irgendwie, ähm, tot kriege. Lass uns mal erst mal hinkommen. Hm. Ich will mir die Rebellen holen. So, was holen wir uns denn als erstes? Erst mal den Typen bei den Schilden. So, dann, ähm. Thronkontrolle holen wir weg. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller. So. Und jetzt kommt der große Schuss hier. Ha. Und schon fast ist er tot. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, schneller. So. Damit sie wenigstens nicht merken, wie sie sterben. Kriegt man nochmal ein bisschen Scrap. Und die Supplies brauchen wir eigentlich. Uuh. Na, klasse. Ja. Na, klasse. 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 So, dann brauchen wir hier gerade nochmal. Okay. Können wir noch irgendwas aufbauen? Oh, 90 und 100. Boah. Na, müssen wir mal gucken, ob sich das noch lohnt irgendwie. Irgendwie. Das wird jetzt richtig böse bald. Dankeschön. So. Very dangerous. Ja. Okay, da fliegen wir jetzt erstmal die Basis an. Your mission holds the key. Ja, ist okay. Und jetzt kommt Flaggschiff Nummer Unarm. Okay. Ah, das waren die Späße hier. Moment. Da war ja was mit, ähm. Du bitte dahin. Und du bitte dahin. Und du bitte nach da. So. Jetzt lassen wir erstmal den hier Haywire gehen. Wir, ähm, verkrömen den hier. Und gehen, ähm, hier hin. Ne, Moment. Ich möchte zuerst die... Ich glaube, die Missiles brauchen wir erstmal weg. Oh, äh, ja. Man muss schon in den richtigen Raum gehen. So. Nein. Ich möchte hin teleportieren. Und zwar... dahin. So. Gut. Dann holen wir uns jetzt zuerst mal den hier. Und jetzt müssen wir nur noch die... Ähm... Das Hacking-Device möchte ich gerne noch mit... Nice. Das kann doch jetzt nicht sein. Wenn ich jetzt hier wirklich auf die Linie komme... Na, dann machen wir es lieber so rum. Okay. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ähm... Wen schickt man zum Reparieren? Wen schickt man zum Reparieren? Äh, Schnecki. Ähm, du vielleicht auch noch mal da rein, bitte? Die macht uns... Die macht uns sonst... Okay. Gut. Jetzt holen wir erstmal unsere Crew wieder zurück. Dann benutzen wir hier nochmal einen Flak. Okay. Okay. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Okay. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Plan weg. Mist, Mist, Mist. Jetzt ist er weg. Okay, 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 okay. Als nächstes müssen wir uns noch um den hier kümmern. So, einmal Sprung bitte nach da. Und ihr zwei müsstest mal, ich bitte um den hier. So, funktioniert das denn? Jetzt muss ich erst mal warten. Scheiße und so. Komm. So. Erst mal wieder die Leute wieder retour holen. Komm, mach schneller, du. Komm schon, komm schon. Boah, Jesus. So. Was? Drecks Ding. Scheiße. Ein enges ist es nicht. Ich ärgere mich gerade nur. So. Komm schon, du scheiß Ding. Scheiß Ding. Das ist ja noch die einfachste Phase von denen. Jetzt hat er verloren. So. Puh. Okay. So, jetzt knüpfen wir uns erst mal. Erst mal alles sauber machen. Dann. So. Puh. Jesus. Nee. Wird lustig noch. Es wird noch richtig lustig. Ja, ich habe einen Crewmitglied weniger, aber damit muss ich jetzt irgendwie leben. Ich könnte jetzt gucken, ob ich irgendwo noch einen Store kriege, aber an den glaube ich jetzt irgendwie weniger. So. Alle ab nach Hause. Okay. Was? Der will jetzt schon auf die... Zur Basis. Ich glaube, es hackt und so. Das Gute ist, die können jetzt im Moment gerade nicht mehr hacken. Das ist angenehm. Aber jetzt wird... Das ist jetzt der bösartigste Kampf, den es in dem Spiel hier gibt. Das ist jetzt der bösartigste Kampf, den es in dem Spiel hier gibt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den hier irgendwie, ähm... So. Das ist das Einzige, was wir machen können. Okay. Was? 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 So. Jetzt bin ich sauer. Was? Was? So. Ähm, ich mach jetzt... Ja, ich glaub, das ist sinnvoller.